Ich bin mal letztens auf deine ganzen 20 Minuten-Tast. Diesmal habe ich diese langwierige Task, wo du eine Minute warten musst, beim Computer, neben dem Computer, direkt zuerst ausgelöst gehabt. Ja, das ist das mal gemacht. Das ist ja praktisch, Taira. Diesmal habe ich nachgedacht. Boah. Aber nur dieses Mal. Ja, nur dieses eine Mal. Sonst denke ich immer darüber nach, kriege ich den jetzt um oder nicht. Mh. Döten. Döten, döten, döten. Bei Yuna immer noch nicht wieder Döten ist, stärken wir die nächste Runde wieder ohne Sie. Na dann. Dö, dö, dö. Ich bin Trader. Achso, nächste Runde. Scheiße. Scheiße. Ja, nicht die Runde. Geht schon wieder los. Oh, Scheiße. Ich hasse es, wenn ich immer bei diesem Labyrinth scheiße. Ja. Ja. Ich hab jetzt gescheiß beim Labyrinth. Da setze ich das jedes Mal zurück, ne? Oder wenn du getötet wirst, ne? Du machst so einen kleinen Klick so weg. Ja. Dann klickst du nochmal. Du warst nur ein einziges Mal falsch, ne? Genau. Ich hab sie nur ein Millipickchen zu weit gezogen und durfte alles neu machen. Wenn sie um ein DPI falsch eingestellt ist. Oder wie das heißt. Hallo, Scheiße. Guten Abend. Wir trennen uns unseren Weg. Hä, wo muss ich denn das machen? Ich hab grad hier angewendet. Was? Wer ist gewendet? Irgendwer. Ich grad... Grad hier mal war vor mir und er war weg. Da wann bin. Lol. Okay. Bin schon da. Okay, noch nicht jetzt hier. Ich bin ja da. So. Du kannst gleich wieder mitspielen. Hast du jetzt dein Popcorn? Ja. Du kannst gleich wieder gehen von Limbo. Popcorn. Mit Popcorn kann man da. Ja, sie lebt noch. Sie lebt noch. Sie lebt noch. Ja, sie lebt noch. Ja, ich sei da was. Ich sei da was. Überlebt bitte. Überlebt bitte. Ja, ich verstecke mich. Gut, gut, gut. Ich ball mich. Ein verstecktes Häschen. Sehr gut. Ich hab dich auch gewendet. Aber was machst du denn da? Wenn schon, dann hast du die Kommt. Echte Runde. Oh, oh. No. Oh, what? Lens, hör mal schneller. Ja, ja, wir fertig. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.